Ein Anachronismus bezeichnet die falsche zeitliche Einordnung von Vorstellungen, Ereignissen, Dingen oder Personen in einem Zusammenhang. Jemand bzw. etwas wird in einen historischen Kontext gestellt, in der es nicht mehr existierte oder noch nicht existierte. Dies kann irrtümlich oder aus Unkenntnis des geschichtlichen Sachverhalts geschehen, in der Kunst aber auch als beabsichtigtes Mittel eingesetzt werden. Das Wort wird auch im Sinne von Obsöle verwendet, wenn man meint, dass etwas nicht mehr zeitgemäß inzwischen überholt ist und daher seine Existenzberechtigung verloren hat, wobei meist eine historizistische Fortschrittskonzeption unterstellt ist. Das entsprechende Adjektiv anachronistisch bedeutet nicht in einen bestimmten Zeithabschnitt gehörend, zeitwidrig oder unzeitgemäß. Beispiele In einer fiktionalen Darstellung der Kunst können Anachronismen z.b. Gegenstände sein, die in der falschen Zeit angesiedelt werden. Häufig sind vorgreifende Anachronismen. In Novalis Romanfragment Heinrich von Ofterdingen kommt eine Ventur vor, die es zur Zeit der Handlung noch nicht gab. Gleiches gilt für Shakespeare's Tragödie Julius Caesar. In mehreren Asterix-Bänden, die ausdrücklich 50 v. C.H.R. Spielen sieht man das für das heutige Stadtbild von Rom charakteristische Kolosseum stehen, das erst zwischen 72 und 80 in C.H.R. Erbaut wurde. Ebenfalls vorausgreifend lässt Christoph Hein in seinem Stück Die Ritter der Tafelrunde Pazzi will als Sensations-hungrigen Zeitschriftenredakteur auftreten und schafft so aus der Verbindung einer frühmittelalterlichen Sagengestalt mit einem modernen Berufsbild eine komische Figur. Weniger leicht erkennbar sind abstrakte oder geistige Zustände, die eine spätere Entwicklung vorwegnehmen. Das Konzept der modernen Nationalität ist z.B. eine relativ neue Entwicklung, sodass es als anachronistisch betrachtet werden kann, einem Menschen der vormodernen Zeit eine solche Nationalität zuzuweisen. Es gibt gesellschaftliche Gruppierungen, die im Rollenspiel den Anachronismus pflegen, indem sie Berufe, Sozialstrukturen, Kleidung und Waffen vergangener Zeiten wiederbeleben wollen, so etwa die Society for Creative Anachronism.